Die Geschichte, die ist schnell erzählt. Also jeden Monat hält Miss Merkel einen Rettungsgipfel für den Euro ab. Zu Gast die wichtigsten Staatsmänner Europas. Wieso bin ich da eigentlich nicht dabei? Tja, blöde Frage. Das kleine Problem ist sowieso, dass es in Europa überhaupt keine wichtigen Staatsmänner mehr gibt, sondern nur noch... Madame Merkel, oh, oh, dieselbe Prozedur wie letzten Monat. Dasselbe wie immer, du Flitzpiepe, aber hopp, hopp. Sonst gilt dein Triple-E-Rating halt höchstens noch für euren gepanschten Champagner. Ah, Champagner, weißt du, dasselbe wie immer. Ach ja, ihn gibt es ja auch noch, Sarko, den treuen Diener. Er muss aufpassen, dass es ihm nicht bald genauso ergeht wie dem Bär Lusconium, der zwar längst kein Tiger mehr ist, aber trotzdem immer noch im Weg herumliegt. Und so beginnt der monatliche EU-Rettungsgipfel mit den führenden Staatsmännern Europas. Oh, Madame Merkel, die sind doch alle weg vom Fenster, außer mir. Um nur besser. Keine Widerrede ist gut für die Zustimmung. Also Prüsterchen, mein lieber Papa Andreu. Äh, Prüsterchen vom Griechenchen, Herrin. Guido Westerwelle. Da muss ich wirklich, Madame Merkel. Nikola, denk an dein Rating. Voila, Steuererleichterung, genau. Mein kleiner Freund Zapatero. Ole, 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 Madame Merkel. Und mein ganz spezieller Kumpel Cameron. Aber nicht vergessen, in Europa wird Deutsch gesprochen. You're looking younger. Verdammt, Sie sehen reicher aus als jemals. Ich schleimere, äh, 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 auf den Euro, Herrin. Tja, und so verläuft eigentlich jeder EU-Rettungsgipfel. Ganz egal, ob da nun noch irgendjemand dabei ist oder ob die zwei alles unter sich ausmachen. Im Gegenteil, es läuft doch viel, äh, geschmeidiger. Ohne störende Dritte. Äh, Madame Merkel, äh, dieselbe Prozedur wie letzt im Gipfel? Der Zäbel wie immer, Flitzpiepe. Wir müssen doch unserem Kumpel Cameron noch einen einschenken. Auf was trinken wir? Äh, ich asse, auf, äh, ich kann nicht... Na, sauf! Äh, auf Europa, blaah. Oh, jedoch, siehste, das war mal wieder eine erfolgreiche Leichenstellung, äh, Weichenstellung für die Zukunft Europas. Ich hier regieren. Äh, Madame Merkel, bei dieser Prozedur, diesmal wieder ohne Euro-Bonds? Ja, natürlich, wie immer ohne Euro-Bonds. Ich werde geben Triple-A, Madame Merkel. Ja, sondern auch aber, bis zum nächsten Mal. fame, mich b oder category, MASG. Sehen, mein referring Äh, Me auf Sne Ich Ich Vielen Dank.